Willkommen zu unserer ersten inhaltlichen Woche des MOOC Camp 20. Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, wie wir hier das Lernen am besten gestalten. Und ich bin ganz fasziniert über die unglaublich vielen Leute, die sich dort mit ihrem Lernziel positioniert haben, über die ganz vielen Lerngruppen, die sich schon gebildet und zum Großteil schon verabredet haben. Und ich denke, das geht sicherlich noch weiter in dieser und in der nächsten Woche. Ihr findet alle Links, die ihr dafür braucht, auf unserer Homepage coolern.de. Rechts gibt es so Quick Links und da kommt ihr auch auf diese Woche hier und natürlich auf die weiteren Links, die ihr braucht, um halt mitzumachen bei uns. Hier in unserem Teams können nur 100 Leute im Chat mitschreiben. Aber dieser Chat ist ohnehin ein Chat, der nach der Sitzung wieder gelöscht wird. Das interessantere Chat-Tool ist unsere Telegram-Gruppe. Und auch den Link dazu findet ihr rechts oben auf unserer Webseite. Also wenn ihr diskutieren wollt, nutzt am liebsten die Telegram-Gruppe. Da kann man dann auch hinterher noch weiter darüber reden. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch hier den Chat jetzt für aktuelle Fragen nutzen. Ich freue mich, dass wir heute drei Learning-Kolleginnen von ZF hier haben. Die haben sich bereit erklärt, diese Woche mit euch zu gestalten. Und es geht bei ZF darum, Mitarbeiter, also das gesamte Unternehmen, dazu zu bringen, lernen, so als permanenten Prozess zu sehen. Und da haben sie einen schönen Anfang gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn die Diskussion hinterher so ausgeht, dass ihr alle was mitnehmt davon, aber insbesondere auch die drei Kolleginnen von ZF, nämlich die Beate, die Maybrit und die Madeleine, sodass sie da auch noch einen Schritt weiterkommen mit ihrer Idee, wie schaffen wir es, ganz ZF zu einem Lernraum zu machen. Und damit würde ich gleich übergeben an Beate, Maybrit oder Madeleine. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen will. Dankeschön. Ich denke, wir stellen uns auch erst mal noch mal kurz vor, damit man zur Stimme und zum Namen auch noch ein Gesicht hat. Ich bin Madeleine Müller, bin als Digital Learning Expert bei ZF in der gleichen Abteilung wie Beate und Maybrit und zuständig für Methoden und Tools überwiegend im Bereich digitales Lernen und freue mich total, dass wir dabei sein können beim MOOCamp dieses Jahr. Perfekt. Dann stelle ich mich auch noch vor. Ich bin Beate Strittmatter, genau, direkte Kollegin von Madeleine Müller. Und wir teilen uns die Themen so ein bisschen auf. Also es ist alles rund um digitales Lernen, beziehungsweise insgesamt heißt unsere Abteilung Global Learning, was dann auch noch Präsenztraining und was es noch für andere Formate gibt, beinhaltet. Aber mittlerweile doch starker Fokus auf digitales Lernen, weil wir eben, werden wir gleich noch kurz vorstellen, bei ZF von einer starken Präsenz-Lernkultur herkommen und jetzt versuchen, das sukzessive bunter zu gestalten und gerade auch digitales Lernen voranzutreiben. Genau, ansonsten, ich bin jetzt sechs Jahre bei ZF und immer eigentlich in der Personalentwicklung gewesen, in unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten unterwegs. Ja, ich bin die dritte im Bunde. Mein Name ist Maipur Schrader. Ich bin Praktikantin im Bereich Global Learning und unterstütze Madeleine und Beate in verschiedensten Projekten, unter anderem jetzt auch bei dem MOOCamp und bin auch gespannt, was wir hier alle dann am Ende der Woche mitnehmen können. Ja, schönen Tag für eure Vorstellung. Was erwartet uns denn in dieser Woche? Genau, also ihr könnt hoffentlich alle jetzt meinen Bildschirm sehen. Unsere Seite ist sozusagen schon live. Da stellen wir kurz ein bisschen das Projekt vor. Dazu sagen wir aber gleich noch mehr. Kann man hier nochmal ein bisschen lesen. Gibt auch ein kurzes Teaser-Video, die die Learning Challenge, die wir nachher vorstellen werden, nochmal erklärt. Und ihr findet hier auch den Ablauf. Für heute haben wir auch eine Leitfrage mit dabei. Vielleicht könnt ihr euch schon mal ein bisschen was dazu überlegen, während wir auch das Ganze vorstellen, weil das auch was ist, was uns stark bewegt, sage ich mal. Und zwar, wie können wir unser Konzept erweitern, anpassen, abändern, wie auch immer, damit wir auch Teilnehmende erreichen, die noch sehr weit weg von dem ganzen Thema informelles Lernen, Digitalisierung und so weiter sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einige von uns beschäftigt. Von dem her sind wir sehr gespannt auf eure Erfahrungen, eure Ideen. Und das Forum ist auch schon verlinkt. Es gibt auch noch zur Lernkultur insgesamt im Pre-Read, das ihr euch anschauen könnt bei Interesse. Und genau, dann starten wir quasi heute mit dem Einstieg in die Learning Challenge an sich. Die nächsten Tage werden wir immer ein paar Einblicke geben, in beispielsweise die einzelnen Challenges oder auch Evaluationsergebnisse. Und dann am Donnerstag noch einen Ausblick zu geben, wie wir gerade weitermachen, versuchen weiterzumachen. Und dann findet ihr auch das Barcamp statt. Zudem sagt aber der Simon ganz am Ende unserer Sitzung heute da noch mal was dazu. Ganz unten findet ihr noch ein paar Infos zu uns mit unseren LinkedIn-Profilen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns mit vielen von euch vernetzen. Wir werden auch noch aktiv sein nach dieser Woche natürlich. Und da kann man sich sicherlich immer wieder austauschen zu den ein oder anderen Themen. Genau, soweit mal zu unserer Wochenübersicht. Dann starten wir jetzt mal in die Learning Challenge 2020 hinein. So hieß ja unser Projekt sozusagen. Das war offiziell Pilotprojekt erst mal, wenn wir es zum ersten Mal in diesem Umfang bei ZF dieses Jahr gemacht haben. Und zwar startet haben wir die Learning Challenge Ende Januar diesen Jahres. Und sie ging insgesamt drei Wochen. Unsere Idee war, dass wir so viele ZF-Mitarbeiter, Kollegen wie möglich erreichen und wirklich ganz basic anfangen, was ist eigentlich digitales Lernen? Was sind diese ganzen Basswörter, die hier überall rumschwirren? Was bedeutet das alles? Vor allem was gibt es bei ZF? Und was bringt mir das? Was bedeutet das auch für mich als Angestellter, Angestellte, Lernender, User, wie auch immer? Und wir haben versucht auch unter dem Hashtag LearnMore einfach auch immer wieder zu motivieren und das Ganze voranzutreiben. Insgesamt geht dieser Maßnahme eine Lernkulturanalyse voraus, die wir letztes Jahr weltweit durchgeführt haben bei ZF mit einer kleineren Gruppe, natürlich nicht ZF-weit, sondern einer kleineren Befragungsgruppe, im Verhältnis und zwar zusammen mit SKILL, dem Swiss Center of Innovative Learning der Uni St. Gallen. Und bei den Ergebnissen kam unter anderem eben raus, dass gerade informelles Lernen bei ZF nicht so einen hohen Stellenwert hat wie formale Lernangebote mit Zertifikat und so weiter. Und das hat sich dann auch gut wieder gespiegelt in den Ergebnissen. Vergleich digitale Lernangebote zu Präsenzveranstaltungen. Da kommen wir schon stark aus einer Präsenzwelt sozusagen, einer Präsenzlernwelt in echten Lernräumen und keinen virtuellen. Und da möchten wir natürlich die Lernkultur bei ZF auch noch so wandeln, dass wir da einfach mehr virtuelle Angebote haben, aber die auch angenommen werden, dass wir da weitere Lernräume ja auch entwickeln, gemeinsam mit allen zusammen, wovon auch alle profitieren können, die Angebote stärken, die wir schon haben und auch, dass die Akzeptanz für informell erworbenes Wissen oder eben auch virtuell erworbenes Wissen steigt. Also, dass einfach die gleiche Verbindlichkeit hat und den gleichen Stellenwert wie Präsenzlernern und ja, auch hinsichtlich, sage ich mal, der Gruppe der Manager auch dort gefördert und akzeptiert wird. So, mal zum Background. Ja, warum ist das für uns so wichtig, diese Lernkultur voranzutreiben? Bisschen habe ich gerade schon erzählt. Natürlich treiben uns auch Themen rum, wie Agilität, New Work, innovative Kulturen, dass wir mehr am Team arbeiten und nicht in unseren Silos denken und das ganze Thema Digitalisierung. Ich denke, das sind so ein paar Basswörter, die uns alle stark bewegen und die natürlich auch viel herumschwirren, die teilweise vielleicht schon verbrannte Erde hinterlassen haben, gerade so Begriffe wie Agilität. Und da wollten wir einfach mit der Learning Challenge auch spielerisch in kleinen Einheiten ganz von Null anfangen, damit die Teilnehmenden die Chance haben, da einzusteigen, wo sie gerade stehen und auch verstehen, was es bedeutet und ja, wie ich mich da auch selbst auf dem Laufenden halten kann. So gesehen, es ist noch ein bisschen viel drauf. Ich denke, die Kernaussage dieser Folie ist eben, dass wir auch möchten, dass jeder in der Lage ist, selbst sein Lernen zu gestalten, voranzutreiben, dass wir das gemeinsam natürlich machen wollen, ZF-weit und dass wir dann eben dafür auch solche Initiativen brauchen, wie die Learning Challenge, um einfach viele zu erreichen und das ganze Thema auch weiter zu streuen. Ich denke, interessanter wird es jetzt mal, wie das Ganze aussah. War es eine intensive Einführung sozusagen. Wir haben die Learning Challenge als Corporate MOOC aufgebaut, der 15 Tage ging, also drei Arbeitswochen, Montag bis Freitag jeweils. Jeden Tag gab es einen kurzen Input zu einem Thema und eine Tageschallenge. Und die Challenge sah im Prinzip so aus, dass es einfach eine Frage war, eine Diskussionsfrage, Frage nach Erfahrungen, Frage nach Meinungen und Ideen, wo jeder daran teilnehmen konnte und ganz easy in einem Forum sozusagen, dass wir da einfach auch einen Austausch stärken zu den Themen und die Themen nicht nur konsumiert werden. Wir hatten auch Live-Discussions zweimal die Woche. Da gab es dann statt einem Content sozusagen einfach eine Live-Session von 30 Minuten. Die hatten wir oft Montag und Freitag oder Dienstag und Freitag. Da haben wir Kollegen eingeladen, die Experte waren für verschiedene Themen oder die viel Erfahrung hatten, die sie teilen konnten und haben dann im Anschluss auch noch eine Q&A-Session gemacht, damit wir auch da natürlich wieder auf die Fragen unserer Teilnehmer eingehen konnten. Damit das Ganze noch so ein bisschen griffiger wird, haben wir für jeden Tag uns ein Motto des Tages überlegt. Zum Beispiel der Montag war immer Motivational Monday. Vielleicht kennt ihr es auch, Montag, der Einstieg ist etwas der manchmal. Also haben wir gedacht, versuchen wir einen motivierenden Einstieg. Beim TED-Tuesday gab es angelehnt an die TED-Talks einen Input Web-Based Wednesday, wie der Name schon sagt. Technical Thursday ging es dann so ein bisschen um Tools und technische Themen. Und am Friday with Friends haben wir eben immer Kollegen eingeladen, die auch noch was teilen konnten und ja, wo wir einfach auch profitiert haben von deren Erfahrungen und Ideen. Soweit mal der erste Überblick. Beate zeigt auch nachher gleich noch, wie es bei uns im LMS aussah, wie wir das Ganze dort aufgebaut haben. Insgesamt, was man vielleicht noch sagen kann, wir haben eben versucht, verschiedene Lernformate miteinander zu kombinieren. Also wir hatten Artikel, LinkedIn-Learning-Kurse, Videos, Web-Based Trainings, verschiedene Inhalte, die wir dann teilen konnten, auch immer noch ein Zusatzangebot, wenn jemand noch mehr zum Thema erfahren wollte. Wir haben es aber auch versucht, so zu gestalten, dass man an einem Tag mit einem Zeitinvest von, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten gut durchkommt, dass man auch nicht jedes Thema ja anschauen muss oder machen muss, um weiterzukommen, sondern man pickt sich wirklich die Themen raus, die einen interessieren. Und hier seht ihr noch mal eine kurze Übersicht, welche Themen wir denn überhaupt angesprochen haben. Also die erste Woche hat sich rund um digitales Lernen gedreht, Gamification, Storytelling und so weiter. Da hat uns auch noch ein Kooperationspartner, Learn Dynamics unterstützt, die da auch viel Erfahrung haben. Die zweite Woche ging rund ums Thema Learning Mindset. Also wie kann ich auch so meine Lerngewohnheiten, meine Einstellungen verändern? Wie kann ich dann die ganze Sache noch rangehen? Was hat das auch mit Agilität zu tun? Und die dritte Woche war rund ums Thema Social Learning, Communities, Kollaboration, auch virtuell und wie wir eben da gut zusammen und voneinander lernen können. Genau, soweit mal zum Konzept und unseren Themen. Gibt es denn schon Fragen im Chat, die wir gleich beantworten sollen? Mal eine Frage an Beate oder Simon. Habt ihr da den Überblick? Also inhaltlich habe ich nichts gesehen bisher. Also Simon, vielleicht noch an dich die Info. Bei mir ist der Chat ausgegraut. Ja, das liegt daran, dass der Chat... Genau, der Chat ist auf 100 Personen begrenzt. Nur die ersten von den 250 kommen da rein. Parallel haben wir den Chat in Telegram. Da können wir noch einen Blick drauf haben. Okay, aber falls wir die Fragen nicht sehen, dann rühren wir uns beziehungsweise machen wir am Ende ja nochmal eine Runde, wo alle fragen können. Perfekt. Sonst gehen wir vielleicht einfach mal bei uns ins System, oder? Und geben euch noch einen Live-Einblick. Gerade kamen zwei Fragen. Gerade kamen zwei Fragen. Wer war die Hauptzielgruppe für den MOOC? Die kamen gedoppelt. Ja, also vielleicht sage ich da noch kurz was dazu. Also die Zielgruppe waren generell alle Mitarbeiter bei ZF, allerdings mit Fokus auf, sage ich mal, die Büromitarbeiter. Also man sagt ja so schön, die White-Color-Workers. Wir wollten niemanden ausschließen eigentlich, aber wir haben im ersten Schritt festgestellt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten zum Beispiel auch Produktionsnahbereiche oder direkt die Produktionsmitarbeiter auch mit aufnehmen. In die Hauptzielgruppe wird es schon sehr divers vom Niveau und wo wir auch ansetzen können. Also ihr seht ja auch, unsere Slides sind ja auf Englisch. Also die Learning Challenge an sich war auf Deutsch und Englisch, einfach um, sage ich mal, auch das Betriebsrat-Thema mit abzudecken und möglichst viele Mitarbeiter auch wirklich mitnehmen zu können. Allerdings natürlich, wenn man es an der Produktion noch ansetzt, dann geht es natürlich gleich auch Richtung Infrastruktur. Wie einfach ist es zugänglich? Wie kann man die Teilnahme auch wirklich in die Schichtarbeit integrieren? Und dann hatten wir entschieden, dass wir im ersten Schritt Fokus auf die, sage ich mal, Büromitarbeiter legen. Aber eben, das wäre vielleicht auch was für den zweiten Schritt, wo ihr vielleicht auch noch super Ideen habt, wie man zum Beispiel die Gruppe der Produktionsmitarbeiter noch stärker integrieren könnte. Das wäre jetzt für uns so der nächste Schritt. Machen wir vielleicht doch noch ein paar Fragen, weil es kam tatsächlich jetzt einiges im Chat. Monika hat gefragt, wie ihr den MOOC beworben habt. Ja, also wir haben es intern beworben über unsere, sage ich mal, gängigen Kommunikationskanäle. Also wir haben es hier auf der Folie unter Kommunikation aufgeführt. Also Zoom ist jetzt nicht das Tool Zoom, das man extern am Markt kennt, sondern es ist unser Intranet. Und darüber haben wir über unseren Blog und über Konzern-News praktisch die Information gestreut. Und ansonsten haben wir unsere lokalen und regionalen Personalentwicklungskollegen genutzt, dass sie uns auch in der Kommunikation unterstützen. Und da haben wir zum einen Flyer und Poster auch zur Verfügung gestellt, die man virtuell, aber auch, sage ich mal, physisch verteilen konnte. Und haben da dann praktisch noch zusätzliche, also, sage ich mal, gängige Kommunikationskanäle der Standorte genutzt. Die Elke hat noch gefragt, wie wurden die Befragungsgruppen bei der Lernkulturanalyse gebildet? Ihr sagt mir einfach, wenn ihr von der Zeit aufhören müsst, dann höre ich auf, die Fragen zu stellen. Also, die Lernkulturanalyse wäre, sage ich mal, echt noch mal ein extra Thema. Ich glaube, wenn wir da einsteigen, kostet uns das relativ viel Zeit. Aber vielleicht Elke gerne. Wir können im Nachgang auch uns noch mal kurz zu dem Thema austauschen. Ich glaube, nur wir driften dann ab. Aber vorher war noch eine interessante Frage. Da fragte jemand, wie viele von den Managern waren eigentlich dabei? Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine sehr interessante Frage, die wir im Laufe der Woche noch mal aufgreifen möchten. Also, wir können es nicht genau sagen, wie viele Manager, weil wir nicht, also rein von den Daten, die wir auswerten dürfen, nicht auf diese Ebene gehen können. Aber es waren überwiegend Mitarbeiter mit dabei. So, da tippt jemand laut in die Tastatur. Vielleicht mute ihn kurz. Danke. Gut, dann würde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen und euch unsere Jam-Gruppe vorstellen. Also, Madeleine hat es ja schon kurz gesagt, wir haben es in unserem Learning Management System aufgebaut. Unser Learning Management System ist SuccessFactors. Und wir bei ZF haben dort auch SAP Jam mit dazu gekauft und auch mit im Einsatz, um eben gerade soziales Lernen bei ZF auch weiter zu unterstützen und einfach, sag ich mal, noch andere Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Genau, und wir sind jetzt also auf der Landing Page von unserer Learning Challenge, das war unsere Startseite. Manche Elemente kommen euch sicher schon bekannt vor. Also, zum Beispiel das Introduction Video, das haben wir auch mit euch geteilt, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie sahen denn die Medien aus, die wir dort zur Verfügung gestellt haben. Und die Landing Page war eigentlich dazu da, um sozusagen nochmal einen Überblick zu geben und eben den Mitarbeitern den Einstieg in die Learning Challenge zu erleichtern. Die Seite war auch von Anfang an verfügbar, also auch schon vor der Challenge. Und die Wochen, Themen und Inhalte haben wir dann nach und nach freigeschalten. Genau, was auch noch ein zentrales Element auf der Startseite war, war unser begleitender Blog. Man sieht jetzt hier unten praktisch die letzten Posts, also End of the Learning Challenge, wo wir nochmal Danke gesagt haben an alle. Das sieht man jetzt eben hier. Und eben, wenn wir nochmal nach oben gehen, hatten wir oben eine Navigation aufgebaut, die dann praktisch kontinuierlich freigeschalten wurde und Woche für Woche erweitert wurde. Genau, und ich springe einfach mal in eine Woche rein. Dann starten wir vielleicht mit der Woche 1 zum Thema digitales Lernen. Und da haben wir eben immer versucht, eine einheitliche Struktur beizubehalten. Also es gab immer eine Überblickseite mit einem kurzen Video, das einführt in die Woche. Da wurde einfach kurz zusammengefasst, was sind die Themen der Woche und was möchten wir mit der Woche auch erreichen. Dann hatte man immer einen Überblick auf der rechten Seite, welche Live-Sessions in der Woche stattfinden werden. Und im Nachgang haben wir dann auch immer die Dokumentation praktisch zur Verfügung gestellt der Live-Sessions. Und dann gab es einen Absprung auf die einzelnen Wochentage der Woche. Und die wurden dann aber auch nacheinander freigeschaltet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Motivational Monday der ersten Woche gehe, sehe ich eben immer nochmal einen kurzen Text, was passiert an dem Tag. Dann war eigentlich das zentrale Element die Challenge des Tages. Und dann konnte man dann praktisch immer sehen, was war die Aufgabe. Und immer den direkten Link zum Forum, wo ich dann eben die Aufgabe bearbeiten konnte. Könnt ihr mich noch alle hören? Ich sehe nämlich gerade, dass ich eine Fehlermeldung habe. Ja, nee, alles gut. Perfekt. Genau, ich springe einfach mal in das Forum rein. Dann sieht man so grob, wie auch so eine Challenge aufgebaut war. Also es war eigentlich immer eine Frage, wo man seine Meinung oder eben ein Best-Practice-Beispiel teilen sollte. Und immer wirklich sehr kurz gefasst. Und wir haben immer nach Abschluss sozusagen der Challenge und auch nochmal eine kurze Zusammenfassung oben mit aufgenommen, dass man, wenn man, sage ich mal, später eingestiegen ist in das Forum, auch so ein Stück weit gesehen hat, okay, was wurde denn diskutiert. Ich glaube, jetzt baut sich bei mir leider die Seite nicht ganz auf, weil eigentlich würde ich jetzt hier die Kommentare der Teilnehmer der Challenge sehen. Aber ich kann sonst einfach nochmal ein anderes Beispiel aufmachen. Dann lädt es hoffentlich besser. Genau, und was man immer noch unten hatte, war eigentlich immer noch die Lerninhalte des Tages, wenn man sich jetzt eine Tagesseite ansieht. Ich springe jetzt einfach mal in ein anderes Beispiel rein. Dann können wir uns auch nochmal kurz das Forum ansehen. Genau, das war jetzt einfach Woche zwei noch als Beispiel. Hier hatten wir jetzt zum Beispiel keine Live-Session, sondern ein Video-Interview, das wir intern erstellt hatten. Aber dann auch wieder die Challenge des Tages. und unten drunter die Lerninhalte, die an dem Tag sozusagen relevant sind oder eben auch freigeschaltet wurden von uns. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem Forum. Ich zeige es leider. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es lädt bei mir jetzt gerade die Kommentare nicht, weil normalerweise würde ich jetzt die ganze Diskussion sehen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine hohe Interaktivität in den Foren auch. Das hatten Madeleine und ich zu Beginn eigentlich gar nicht so erwartet, weil wir hatten es ja vorher gesagt, das war das erste Mal, dass wir so ein Format in dem Stil bei ZF ausgerollt hatten. Und man muss sagen, also unser Social Intranet ist schon eine Weile aktiv und die Aktivität steigt auch. Aber gerade im Lernkontext sind unsere Mitarbeiter noch nicht gewohnt, dass sie wirklich Communities nutzen, um aktiv zu lernen, Inhalte zu teilen und auch gegenseitig zu kommentieren und sich zu unterstützen. Deswegen war das für uns, sage ich mal, auch so ein erster Versuch, zu sehen, wie es angenommen wird. Und da waren wir wirklich positiv überrascht, auch generell von der Teilnahme. Also man sieht es hier oben in der Community. Es waren jetzt am Ende über 1.000 Mitglieder, die der Learning Challenge gefolgt sind oder beigetreten sind. Und ganz zu Beginn, als wir, sage ich mal, die Learning Challenge vorbereitet haben, haben wir auch mal überlegt, was wäre denn eine gute Teilnehmerzahl jetzt gerade so zu Beginn. Und wir hatten da so gesagt, ja, wenn es so 200, 300 Leute sind, das wäre eigentlich schon ein echt guter Erfolg für uns, dass es am Ende so viele geworden sind, damit hätten wir nicht gerechnet. Und eben auch internationale Beteiligung, also nicht nur aus Deutschland. Und auch das Feedback war durchweg sehr positiv von den Personen, die teilgenommen haben. Es kamen noch ein paar Fragen rein. Kannst du mal einen Lerninhalt konkret zeigen? Da gab es ein paar Fragen, wie das aussah. Ja, genau. Ich kann vielleicht einfach mal auf der Seite Beispiele zeigen. Also wir hatten es ja vorher auch gesagt, wir haben LinkedIn Learning bei ZF im Unternehmen. Und jetzt so ein Beitrag, der verlinkt dann direkt auf ein LinkedIn Learning Video oder Kurs. Man sieht jetzt hier auch, ist bei uns im Learning Management integriert. Deswegen dauert es immer so ein paar Sekunden, bis der Inhalt lädt. Und ich weiß nicht, wer LinkedIn Learning kennt, das sind, sage ich mal, so wirklich so kleine Lernvideos, oft mit einer Person, die spricht und dann immer, sage ich mal, entweder Folien oder so kleine im Comic-Stil gehaltene Präsentationen, die sozusagen nebenher einen konkreten Lerninhalt erklärt. Jetzt in dem Beispiel, da geht es um Fehlerkultur und wie man auch aus Fehlern lernt. Und da sieht man es eben hier, dass praktisch dann links das Video läuft und eben, man sieht hier, das ist die LinkedIn Learning Oberfläche, wo man dann hinspringt, wenn es ein LinkedIn Learning Kurs wäre. Genau, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Manchmal haben wir auch einfach, also, Artikel zum Beispiel verlinkt, die wir empfehlen. Also hier ist es jetzt wirklich einen Link auf einen Artikel. Hier jetzt auf dem Blogbeitrag auf LinkedIn. Jetzt ist es auch wieder um Fehlerkultur. Teilweise waren es auch intern erstellte Web-Based Trainings zum Beispiel oder wir haben auch manchmal kleine Playlists erstellt. Das nennt sich jetzt in SuccessFactor Sprech Collection. Das ist einfach eine Sammlung von Videos, können aber auch Web-Based Trainings sein, die wir zu einem bestimmten Thema empfehlen. Hier geht es um Embrace the Learning and Failure Culture in your Team. Und hier wären es jetzt drei Kurzsequenzen, die praktisch empfohlen werden. Genau. Dann gab es noch Fragen, was war unser konkretes Ziel oder auch die strategischen Ziele, die wir mit dem MOOC verfolgt haben? Also ich denke, das Wichtigste hat Madeleine am Anfang schon gesagt, wir wollten wirklich zum einen zeigen, okay, digitales Lernen macht Spaß und soll stärker in unserer Lernkultur verankert werden, auch gerade Richtung informelles Lernen und Lernen von und miteinander. Und was wir auch noch erreichen wollten mit der Learning Challenge, dass wir, also sage ich mal, den Stellenwert von Lernen an sich stärker hervorheben und den Mitarbeitern eine Unterstützung geben, wie kann ich Lernen denn im Arbeitsalltag verankern? Also ihr habt vielleicht noch die Slides von uns in Erinnerung. Am Anfang waren ja viel diese Buzzwords, Digitalisierung, Agilität. Und das sind ja aber auch alles Herausforderungen, mit denen ZF oder auch viele andere Unternehmen gerade, also vielleicht jetzt nicht zu kämpfen haben, aber nicht so einfach sind, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und gerade da ist Lernen einfach essentiell und eben nicht stehen bleiben. Ich habe es schon immer so gemacht sozusagen, deswegen mache ich es auch weiterhin so, sondern sich persönlich weiterzuentwickeln und eben offen zu bleiben für Neues. Und mit der Learning Challenge wollten wir einen ersten Schritt gehen. Wie kann ich Lernen in meinen Arbeitsalltag verankern? und wie finde ich denn auch bei ZF überhaupt schnell Lerninhalte? Weil das haben wir auch in der Lernkulturanalyse festgestellt, dass oftmals nicht das Problem ist, dass das Lernangebot nicht vorhanden ist bei ZF, sondern dass es einfach nicht bekannt ist an allen Standorten. Und das war jetzt uns auch ein wichtiges Anliegen, einfach zu zeigen, hey, bei ZF gibt es ein breites Lernangebot, ist auch sehr divers und auch gerade digitales Lernen haben wir auch kurze Sequenzen im Angebot, die man auch einfach in den Arbeitsalltag integrieren kann. Genau, dann waren noch ein paar Fragen, wann so der Projekt Start war, also wann wir wirklich angefangen haben mit Planung und wie viel Zeit uns das davor und während des MOOCs gekostet hat. So genau kann man es gar nicht sagen, oder? Also die Idee ist, sage ich mal, früh letztes, also ich sage mal, so später Frühling, Anfang Sommer letztes Jahr, glaube ich, entstanden, als wir eben die Lernkulturanalyse ausgewertet haben. Im Sommer haben wir dann schon mal angefangen, so ein grobes Konzept zu machen, aber so wirklich erstellen, vorbereiten, würde ich sagen, es war dann so im Herbst und im Januar ist ja die Challenge live gegangen. Und ich muss auch sagen, Madeleine und ich, wir sind ja ein kleines Team, wir hatten ja noch extern Unterstützung, gerade auch in der Erstellung von ein paar Lernvideos, die wir auch mit euch geteilt haben. Aber das war ja bei uns kein Vollzeitprojekt, sondern es lief nebenher, deswegen ist es schwierig zu sagen, also wie lange man tatsächlich jetzt brauchen würde in der Vorbereitung. Wir haben auch versucht, ganz viel zu nutzen, was wir eh schon hatten, also beispielsweise zum Thema Storytelling hatten wir schon Web-Based Training. Zum Thema, das wir mal entwickelt haben bei ZF oder auch ganz viele Experteninformationen, die es einfach schon gibt, haben wir hier jetzt mal nochmal gebündelt sozusagen und das war auch unser Ziel, nicht alles einfach neu machen, sondern viel von dem nutzen, was wir schon haben. Deswegen war auch während der drei Wochen, war ja auch noch eine Frage, es lief wirklich nebenher, die Community zu betreuen. Wir wollten auch nicht zu viel reingehen in die Diskussionen, damit die Teilnehmer auch wirklich aktiv werden und das waren die dann auch echt ganz gut. Eine Frage war nämlich auch noch nach unserem Auftraggeber oder Sponsor. Da würde ich behaupten, das hatten wir in dem Sinn eigentlich auch nicht. Also gerade zu Beginn nicht, was wir dann irgendwann on the fly geschafft haben, ist unsere HR-Vorständin zu überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist und auch ein gutes Konzept ist und wir haben dann praktisch im Nachgang auch von ihr ein Statement für die Kommunikation bekommen. Allerdings war das wirklich so währenddessen, sage ich mal, eher als es war nicht, dass wir von Anfang an irgendwie einen Management-Sponsor hatten. Hier kommen noch so ein paar Fragen, so immer wieder durften alle Mitarbeiter da mitmachen, hatten die einen freien Zugang oder mussten die sich irgendwie das genehmigen lassen? Und eine zweite Frage kommt schon ab und zu, haben die Zeit fürs Lernen bekommen? Was könnt ihr dazu sagen? Also generell ist bei ZF Lernzeit gleich Arbeitszeit, also in einem normalen Umfang sozusagen, außer das sind jetzt irgendwie Sonderprogramme. Das heißt, jeder Mitarbeiter darf an sich teilnehmen und auch wirklich mitlernen. Es war auch nicht zugangsbeschränkt, also es gab nicht irgendwie eine Freigabe, die durch den Vorgesetzten erteilt werden muss. Allerdings ist natürlich klar, es darf nicht dadurch, dass jemand in der Learning Challenge teilnimmt, passieren, dass, sage ich mal, seine originären Aufgaben, also sei es jetzt irgendwie Kundenanfragen nicht bearbeitet werden oder wichtige Themen liegen bleiben. Das darf nicht passieren. Aber generell musste keine Freigabe vom Vorgesetzten gegeben werden. Genau. Dann war noch eine Frage, ob unser LMS mit der Learning Challenge erst eingeführt wurde. Ja und nein. Also, ja, Success-Sektor ist schon letztes Jahr im August eingeführt. Aber quasi nach und nach lokalisieren wir das Ganze und JAM, also der Bereich, wo unsere Learning Challenge aufgebaut war, war noch sehr, sehr wenig bekannt. Also, es war schon auch ein Win-Win sozusagen, dass viele auch JAM dann kennengelernt haben, auch unter dem Perspektive, wie man es für Lernen verwenden kann, um gleichlich auch die Abgrenzung zu unserem Intranet zu schaffen, dass es dann deutlicher wird. Ich denke, das war ein guter Synergieeffekt. Eine Frage noch zum Zugang bei LinkedIn Learning, ob jeder einen Zugang hat oder der beantragt werden muss. Ja, also wir haben einen Unternehmensaccount, das heißt, es wird schon eine Zahl im Hintergrund berechnet, aber generell hat jeder Mitarbeiter bei ZF die Möglichkeit, auf LinkedIn Learning zuzugreifen, allerdings nur über unser Learning Management System als es verknüpft und per Single Sign-On werde ich dann auf LinkedIn Learning weitergeleitet. Genau. Dann gab es noch eine Frage, ob es länderspezifische Unterschiede in der Lernkultur bei ZF gab. Ja, vielleicht was spannend ist oder ich weiß nicht, spannend, also war wirklich spannend, für uns auch so ein bisschen echt überraschend. Also wir haben die Lernkulturnalyse international durchgeführt und haben es dann nach Regionen ausgewertet und die Region Asien-Pazifik, wobei da der Großteil aus China kam, hat durch die Bank, also über alle Kategorien hinweg einheitlich gewotet. Also wir haben es ausgewertet in so Spinnendiagrammen und da bekommt man ja eigentlich unterschiedliche Ausschläge nach Kategorie. Das von Asien war tatsächlich kreisrund. Es war einfach immer der zweithöchste Wert angekreuzt und es war auch egal, ob es zutrifft oder nicht. Also zum Beispiel war eine Frage ging Richtung digitale Medien oder digitales Lernangebot. Darauf haben Fragen abgezielt und da wurde das auch eben mit dem zweithöchsten bewertet, obwohl jetzt eben gerade in China bei uns eigentlich nur Präsenztrainings vor Ort angeboten werden und digitales Lernen noch kaum verbreitet ist. Es wird höchstens mal in Ergänzung genutzt, aber nicht, also oft nicht als eins alleinstehendes Lernmedium. Und also das war für uns zum einen ein bisschen schade, weil es natürlich die Ergebnisse ein Stück weit verfälscht, auf der anderen Seite auch spannend, was da passiert ist und wir haben es danach im Nachgang auch mit den chinesischen Kollegen diskutiert und es ist halt oft so, wenn man, also es war eine Online-Umfrage und das ist in China nicht ganz so einfach, weil bei einer Online-Umfrage, selbst wenn die anonym durchgeführt wird, oft skepsisch herrscht, ob das überhaupt wirklich so anonym ist. was mit den Daten passiert und deswegen bewertet man eher immer positiv. Genau, das war bei uns sehr extrem. Ansonsten gab es schon Unterschiede in den Auswertungen, auch in den unterschiedlichen Regionen, aber jetzt nicht in einem Umfang, wo man wirklich kulturelle Unterschiede tatsächlich ableiten hätte können. Ja, dann kommt hier noch eine Frage zur Gamification, sorry, ansetzen, während der Learning Challenge, da können wir vielleicht von unserem Punktesystem noch erzählen. Ja. Magst du kurz erzählen, vielleicht finde ich noch ein Bild so lange von unseren Champions, dann sieht man es vielleicht auch noch gut. Genau, also wir haben die Idee gehabt, dass wir pro Woche drei Learning Champions haben, Platz 1, Platz 2, Platz 3 und Champion konnte man werden, wenn man die meisten Likes auf einen Post bekommen hat. Also es war dann egal, ob man nur einen Post geschrieben hat oder zehn in der Woche, aber der Post, der von den meisten Teilnehmenden geliked wurde, die die meisten Likes hatte, wurde dann Champion und wir haben eben am Ende der Woche unsere Champions immer gefragt, ob es für sie okay ist, dass wir den Namen kommunizieren, ob sie uns auch ein Bild zur Verfügung stellen und dann haben wir immer wie so eine Art Treppchen gehabt, wo wir die Bilder reingepackt haben und die Namen und am Ende der Woche nochmal gratuliert haben zum Learning Challenge Champion der Woche. Das kam auch sehr gut an, das hat auch motiviert, dass die Leute wirklich angefangen haben zu liken, aktiv zu werden, zu teilen, sich auch gegenseitig zu unterstützen und zu supporten sozusagen und die haben von uns dann auch nach der Learning Challenge noch eine Kleinigkeit bekommen, ein paar coole Sticker mit ein paar Slogans und die Platz 1 nominierten sozusagen noch eine Learning Challenge Champion Tasse, also typische Dinge, die man so im Unternehmen immer brauchen kann sozusagen, wo wir einfach versucht haben, da ist auch ein bisschen da zu schätzen. Ja, leider ist mein Internet oder ich weiß nicht, ich glaube, das liegt an dem VPN, bin ich leider zu langsam, um das jetzt zeigen zu können, aber vielleicht kann man nochmal in der Gruppe im Nachgang Beispiel teilen, wo man es dann nochmal besser sieht. genau. Genau. Dann haben wir hier noch eine Frage, wie wir es mit dem Betriebsrat gemacht haben, gerade mit den Likes und Wettbewerb und Leistungskontrolle. Genau, das hatten wir auf jeden Fall vorab besprochen, allerdings dadurch, dass wir es als Pilot laufen lassen haben, war es relativ, sag ich mal, einfach zur Hand haben, also was wir eben gemacht haben, ist es auf Deutsch und Englisch weitestgehend zur Verfügung zu stellen, obwohl man sagen muss, dass eigentlich gerade in den Foren hauptsächlich Englisch gesprochen wurde und ansonsten, es war wirklich eine freiwillige Teilnahme, es wurde nichts auf Namensebene sozusagen getrackt beziehungsweise, was man natürlich sehen konnte, ist, wenn jemand im Forum einen Beitrag teilt, also an der Challenge teilnimmt, dann wird sein Name, also ist sichtbar, allerdings war das ja auch freiwillig und der Mitarbeiter hat selbst entschieden, ob er an den Challenges teilnimmt, ansonsten zum Beispiel die Führungskraft, die hat keine Auswertungen oder solche Dinge bekommen, zum Beispiel, keine Ahnung, Maybrit hat fünf Stunden am Tag in der Learning Challenge verbracht, solche Auswertungen gab es natürlich nicht und die konnten wir auch gar nicht auswerten. Genau, und es war auch alles Arbeitszeit, war auch für den Betriebsrat in Ordnung und dann ging das eigentlich ganz gut durch. Nach ein paar Fragen kamen immer mal wieder, ob wir auch Lerngruppen angeregt haben oder ob es Lerngruppen gab, die gemeinsam an der Learning Challenge gelernt haben oder viele allein gelernt haben. Ich denke, man kann das eher so sagen, dass manche Abteilungen, das haben wir im Nachhinein auch mitbekommen über die Evaluationen, da erzählen wir dann im Laufe der Woche auch noch mehr dazu, sich gegenseitig unterstützt haben und insofern, dass die, die, sage ich mal, digital affine sind, unsere Lernplattform erklärt haben oder auch die Inhalte mal erklärt haben und das gemeinsam versucht haben und auch ihre Kollegen mit ins Boot zu holen. Es waren aber auch viele Inhalte, die man sich gut selbstgesteuert, sage ich mal, angucken konnte und wir wollten nicht kleinere Gruppen haben, sondern unser Ziel war schon, dass wir vernetzt über Abteilungen, Divisionen, Regionen gemeinsam im Forum diskutieren. Und wir hatten auch am Anfang so, ich sage mal, die Befürchtung, dass immer die gleichen Leute dort aktiv sind, aber es war gar nicht so. Also wir hatten echt jede Woche andere Champions, wir hatten immer unterschiedliche Personen, die aktiv waren und somit haben die dann eher in den Forum quasi gemeinsam sich ausgetauscht und diskutiert und auch gegenseitig ihre Fragen beantwortet. Genau. Die Altersstruktur der Teilnehmer haben wir leider auch nicht. Also es war auch was, was wir nicht auswerten durften. Ja. Dann gab es noch eine Frage, gab es Widerstand und wenn ja, von welchen Gruppen? Also was man gemerkt hat, also Widerstand trifft vielleicht jetzt nicht wirklich. Es gab am Anfang gerade so ein paar Rückmeldungen, SAP Gems, überhaupt nicht nutzerfreundlich, ist voll kompliziert und es gab am Anfang auch so ein paar Rückfragen, wie funktioniert denn das Forum, ich verstehe das gar nicht, wo ich da klicken muss. aber es ist, sage ich mal, mit der Zeit abgeflacht. Also es muss man halt sagen, es war ein neues Tool und manchen fällt es leichter, sage ich mal, sich in einem Forum zurechtzufinden, manchen vielleicht auch ein bisschen schwerer. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und ein bisschen reinkommt, hat es eigentlich gut geklappt. Aber das war, sage ich mal, die größte Hürde oder auch die meisten eher negativeren Stimmen war dann eher so das Thema Technik, wie funktioniert es, wie komme ich rein, wie finde ich mich zurecht. Aber ich denke gerade, das ist auch der positive Effekt dann auf der anderen Seite wieder von der Learning Challenge, dass wir die Leute, sage ich mal, ein Stück weit gezwungen haben, sich das mal anzusehen und zurechtzufinden. Und beim nächsten Mal klappt es sicher schon viel besser. Auf Telegram hat der Pierrick noch gefragt, würde das genauso ein zweites Mal durchführen oder würde der etwas anders machen beziehungsweise verbessern? Wir haben sicherlich viel gelernt. Also ich denke mal, im Grundsatz würde man schon wieder so machen. Allerdings gibt es schon so ein paar kleinere Sachen, wo wir verbessern würden. Also sicher auch nochmal, wenn man jetzt die Usability von Jam sich ansieht, da haben wir sicherlich schon dazugelernt, dass wir es noch nutzerfreundlicher aufbauen. Was auch einfach gut ankam, waren die Live-Sessions. Das würde man wahrscheinlich eher erhöhen noch. Und auch gerade in der Kommunikation, also vorab zu erklären, wie funktioniert es, wie komme ich rein und die Mitarbeiter nochmal gezielter und breitflächiger, sage ich mal, abzuholen. Das sind so Dinge, die wir sicherlich mitnehmen. Genau, dann war ja noch eine Frage nach der Qualitätssicherung. Wie hat die stattgefunden? Ja, das war, sage ich mal, hands on. Also Madeline hat es ja schon gesagt, es sind Inhalte ja auch gewesen, die wir schon zur Verfügung hatten. Die waren schon qualitätsgesichert. Inhalte, die wir extra für die Learning Challenge erstellt haben, die wurden von uns, also von Madeline und mir sozusagen. Maybrit war da noch nicht im Team. Qualitätsgesichert. Also das kann man sicherlich noch anders durchführen, aber das war sehr pragmatisch und unser Ansinnen war auch nicht, Hochglanz-Videos zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich auch zu zeigen, Lernen ist einfach, kann Spaß machen und kann unkompliziert umgesetzt werden. Genau, da ist nämlich auch noch eine Frage, wie es jetzt weitergeht. Wer produziert Inhalte, läuft über LinkedIn und Lernpfade und ich denke, da kann man vielleicht als Hintergrund noch sagen, dass wir bei ZF ein Fachautorenkonzept haben, das heißt, unsere Fachbereiche, wenn die Dinge umsetzen wollen, wie Web-based Training, Planet Learning Konzepte, Videos, dann beraten und unterstützen wir die, trainieren auch und die Idee ist, dass die aber am Ende die Inhalte und den Content produzieren und deswegen, wie Beate gerade gesagt hat, war es uns auch wichtig, dass auch unsere Sachen nicht mega hochglanz 20.000 Euro videomäßig aussahen, vielleicht abgesehen vom allerersten Video, das ihr auch auf der CLC-Seite seht, sondern wirklich so, dass man sieht, das kann jeder machen, das kann jeder erstellen bei ZF und es ist trotzdem qualitativ hochwertig, macht Spaß und man lernt was dabei. Genau, haben wir das Management vorab informiert oder besonders involviert? Naja, also vielleicht dreiseitig beantworten, also in der Personalentwicklungs-Community oder im Personalbereich wurden die Führungskräfte vorab informiert, weil wir sie auch mitgenutzt haben in unserem Netzwerk zur Kommunikation und Verbreitung der Learning Challenge. Generell die ZF-Führungsmannschaft sozusagen wurde nicht gesondert abgeholt, sondern wir haben kommuniziert und die Kommunikation hat sich an alle gerichtet, aber jetzt nicht explizit nur an Führungskräfte. Genau, noch eine Frage, haben andere Abteilungen oder Mitarbeiter mitgewirkt? Ja, wir hatten ja immer unser Friday with Friends und da waren ja unterschiedliche, sag ich mal, Guestspeaker mit dabei aus verschiedenen Bereichen, die zum einen Best Practices geshared haben oder einfach ihre Ansätze auch geteilt haben oder wie zum Thema Fehlerkultur hatten wir jemanden aus dem Forschung- und Entwicklungsbereich, der innerhalb der ZF sozusagen mitgewirkt hat an einem Startup oder ein Startup aufzubauen unter praktisch der Schirmherrschaft von ZF und hat da so ein bisschen eben über seine Fehler berichtet oder was sie da auch gelernt haben daraus und das waren dann auch aus anderen Fachbereichen, die Inhalte mit erstellt haben oder mit uns eine Live-Session durchgeführt haben. Oder hier ist noch eine schöne Frage, was hat euch am meisten Freude gemacht, welche positiven emotionalen Rückmeldungen der Teilnehmer könnt ihr nutzen für die nächste Runde? Also es hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht, also in der Vorbereitung und aber auch voll durchführen. Also ich fand es toll, zum einen zu sehen, wie die alle mitgemacht haben und aktiv Beiträge geteilt haben. Da habe ich mich immer total gefreut und ich muss mich ehrlich gesagt selber immer zügeln, dass ich nicht allen ein Like gebe, weil also über die Likes konnte man ja auch zum Champion werden. und wenn ich halt jedem ein Like gegeben habe, was ja eigentlich von den anderen Teilnehmern kommen sollte, habe ich das Ergebnis mit beeinflusst. Das war für mich schwer, weil ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn jemand mitgemacht hat und einfach auch tolle Beiträge geteilt hat. Aber auch insgesamt haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Das ist schon schön. Ja, es waren auch viele, die, ich sage mal, unser Intranet zoomen, das ist auch noch nicht ganz so alt und für viele war der Abschied vom alten Intranet sehr schmerzhaft und wir haben eben jetzt eine neue Intranet-Community, wo sich auch viele noch nicht so trauen zu posten, was zu teilen und da haben uns echt ein paar geschrieben, dass sie zum ersten Mal so eine Art Post in unseren Foren in der Learning Challenge gemacht haben und gemerkt haben, dass es gar nicht schlimm ist und es auch Spaß macht und sie jetzt auch quasi den Mut haben, das in Zoom zu tun. Also denke ich, dass wir das schon oder hoffen wir, dass wir auch ein paar wirklich erreicht haben und wir merken auch so, dass jetzt, sage ich mal, unsere Community, unser Blog, dass wir mehr Follower haben, dass die schon rumgesprochen hat und da kamen ja auch ein paar Fragen. Ich denke, das wird uns auch helfen bei der nächsten Runde, die alle wieder zu kontaktieren und die werden es auch weiter kommunizieren. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, und Karpel hat noch eine Frage, sorry, ob die Inhalte noch abgerufen werden, ob wir das auswerten können. Wir können sehen, aber die Aktivitätsdaten sind jetzt natürlich sehr gering, obwohl man jetzt noch alles angucken könnte. Wir hatten auch noch Abschluss noch ein paar neue Teilnehmer, aber wie es halt sobald keine Aktivitäten mehr in den Foren sind oder so, dann gehen auch insgesamt die Aktivitäten runter. So, ich habe hier in der Zwischenzeit ganz viel positive Rückmeldung für euch gelesen. So zum Beispiel bin sehr beeindruckt von eurer Learning Challenge, habe Lust, es selber zu machen, kam schon mehrmals so. Also Hochachtung, vielleicht sind wir an der Stelle auch schon so kurz vorm Ende. Ich denke, wenn ihr alles habt, sollten wir mal kurz über Freitag reden und wie Freitag das Barcamp weitergeht. Simon. Donnerstag. Donnerstag, diese Woche haben wir den Feiertag. Genau, danke. Ja, wegen des Feiertags Freitags machen wir diesmal am Donnerstag ja schon den letzten Tag. Ja, genau. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, ihr seht das. Wir haben ja hier bei den Quicklinks auf der Kohlen.de auf allen Seiten oben rechts hier unten die Barcamp-Sessions als Link eingefügt. Zeige ich auch gleich, wo ihr da landet. Die Idee ist, dass wir in jeder Woche nach der Live-Session, also entweder Freitag dann von 14 bis 15 Uhr oder eben diese Woche Donnerstag von 14 bis 15 Uhr euch die Möglichkeit bieten, also euch im Sinne von allen Teilnehmerinnen eigene Sessions zu machen und die einfach einzubringen, wie wir das im CL2.0 digital gemacht haben. Es gibt ja so zwei große Binsenweisheiten beim Internet. Das eine ist, im Internet weiß keiner, dass du ein Hund bist und das zweite ist, im Internet ist immer genug Platz. Also das heißt, alle Themen, die in der Woche nicht stattgefunden haben, die passen alle in unseren Sessionplan. Dafür haben wir einfach ein Etherpad angelegt, das mache ich jetzt hier mal auf, dass wie gesagt, dass das verlinkt ist, ein Zoompad, da ist so ein bisschen Einleitungstext drauf und dann findet ihr jeweils eine Überschrift pro Woche. Also diese Woche, wie gesagt, 30.04.14 Uhr bis 14.45 Uhr, dann die Woche drauf der Freitag, die Woche drauf wieder der Freitag, die Woche drauf wieder der Freitag. Also in jeder Woche können Barcamp Sessions nach der Live Session stattfinden. Oben ist es beschrieben, das funktioniert einfach so, dass ihr euch hier, wo drei Punkte im Moment stehen, eintragt. Also die Idee wäre, ihr tragt dort euren Sessiontitel ein, vielleicht ein bisschen Kurzbeschreibung, worum es in der Session geht. Dann die Möglichkeit, wie man da beitreten kann, also ein Videokonferenz-Link zum Beispiel oder ein Link zu einem Chatraum oder was auch immer ihr verwenden wollt und idealerweise auch so ein Ansprechpartner, also an wen kann ich mich melden, wenn ich noch Fragen habe. Wenn ihr eine Teilnehmerbegrenzung machen wollt, könnt ihr auch eine Xing Events oder Eventbrite-Seite davor schalten, damit Leute sich anmelden. Auch bei den Videokonferenzen würde ich noch darauf hinweisen, ein bisschen aufpassen, nicht einfach öffentlich zugängliche Zoom-Videokonferenz-Links oder so in dieses Pad rein posten, weil dann kann es sein, dass ihr da ungebetene Gäste in eurer Session habt. Also das heißt im Prinzip, ihr könnt jetzt schon anfangen, das Sessions anzubieten. Da ist auch nach unten keine Grenze gesetzt. Also es können am Donnerstag jetzt die zwei Sessions stattfinden, die hier schon stehen. Ihr könnt da gerne aber auch noch zehn weitere dazufügen. Vielleicht noch wichtig zu sagen, jetzt wir von der zentralen Orga haben so ein bisschen ein Auge auf dieses Pad, bieten da aber in dem Sinne keinen Support. Also wir haben keine Videokonferenz-Links, die müsst ihr selber mitbringen, sozusagen bring your own Video-Service. Wir machen auch keine Moderation, sondern das ist einfach der Raum für Selbstorganisation jetzt im Moocamp. Und wenn da noch Fragen sind, einfach in die Telegram-Gruppe posten. Wenn ihr Sessions eingetragen habt, vielleicht auch da nochmal der Hinweis, damit Leute auch wissen, was ist. Wir werden auf jeden Fall Donnerstag nach der Live-Session oder am Ende der Live-Session mal den Session-Plan auch zeigen, was passieren wird. Aber wenn ihr das nochmal unter dem Moocamp 20 Hashtag twittert und vielleicht auch, wenn ihr die Session eingetragen habt, das in die Telegram-Gruppe schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch viele mitbekommen. Ich sehe, da schreibt gerade einer, Führungskräfte als Sponsoren für Digitale. Lasst euch überraschen, für Digitale was? Das kommt dann noch dazu. Genau, also seid eingeladen, euch jetzt Gedanken zu machen und gerne jetzt im Laufe der nächsten Tage dort die Sessions für Donnerstag eintragen. So, und vorher treffen wir uns aber am Donnerstag um 13 Uhr für die Live-Session, um die Woche zusammenzufassen. Und euch dreien, einen ganz herzlichen Dank. Ich will nochmal auf einen Punkt hinkommen. Ihr habt ja gesagt, es gab keinen Sponsor für euch. Und wenn ihr keinen Sponsor gehabt habt, dann schließe ich mal daraus, das war auch eure eigene Initiative. Ihr selber habt gesagt, wir wollen das machen. Also Hochachtung, erstens für den Mut, zweitens für die Energie, die ihr dafür aufgebracht habt, einfach im Unternehmen zu sagen, wir stemmen das, wir machen das, auch wenn es keinen gibt, der uns den Auftrag und damit auch die Mittel dazu gegeben hat. Hochachtung, also das ist ja was ganz Besonderes. Ja, dann erst mal herzlichen Dank und wir erleben euch ja jetzt die ganze Woche. Ihr werdet ja uns ein wenig beobachten mit dem, was wir jetzt tun und vielleicht das eine oder andere Mal eingreifen, aber ich habe ja gelernt, ihr seid ja absolut erfahren im Steuern eines solchen Wuchs. Ja, wollt ihr noch? Vielen Dank, also vielen Dank auch von uns, dass wir dabei sein dürfen und hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, die erste Session gemeinsam zu gestalten und wir sind schon gespannt, was die Woche so alles passiert und was auch diskutiert wird und was wir auch mitnehmen können. Ja, wunderbar. Genau. Dann wünsche ich euch und uns eine sehr intensive Austauschwoche. Ja, danke schön und einen schönen Tag. Danke und tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.